Hallo und willkommen bei Superbob Super Shop. Ich bin Superbob und das ist meine Partnerin Kate. Hi! Auch heute haben wir wieder ein außergewöhnliches Produkt für Sie. Fühlen Sie sich schlapp und erschöpft? Neigen Sie zu Müdigkeit oder Kopfschmerzen? Dies geht vielen Leuten so. Doch das muss nicht sein. Denn dafür gibt es jetzt dieses Produkt. Das Wasser des Lebens. Nehmen Sie es einfach zu sich und sofort werden Sie spüren, wie die Energien zurückkehren. Mithilfe der Mondphasen wird dieses Wasser mit magischer kosmischer Energie angereichert. Hierzu wird das Wasser in eine Schale unter das Mondlicht gebracht. Die im Wasser enthaltenen Kristalle leiten nun die kosmische Energie in das Wasser um und werden anschließend natürlich aus dem Wasser entfernt. Natürlich. Viele Kunden haben sich bereits vom Potenzial des Wassers des Lebens überzeugt. Simon aus Louisiana berichtet uns beispielsweise, dass eine regelmäßige Anwendung des Wassers ihm die Fähigkeit verliehen hat, sich endlich wieder vernünftig konzentrieren zu können. Und Cindy aus Cincinnati schreibt uns, dass ihr chronischer Kopfschmerz endlich nachgelassen hat, seit sie das Wasser für sich entdeckt hat. Wir freuen uns immer, wenn unsere Produkte die Lebensqualität unserer Kunden aufwärmen. Und vielleicht hilft das Wasser des Lebens ja auch Ihnen. Cheers und bis zum nächsten Mal. Ciao. So. 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 Vielen Dank.